UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG 2008 ich bin alleine hier drin, im Zimmer. Habe ich Aufenthalt gekriegt, habe gesagt, jetzt ist meine Quentin hier. Weil die Gemeinde auch hat für mich gesagt, wie aus, Meister, bist du hier, wenn etwas kaputt ist, Problem, sagst du uns Bescheid. Ja, ich bin total zufrieden hier. Und ich bezahle Miete auch hier. 114 Euro Miete bezahlen jeden Monat. Ist warm, alles drinnen. Ja, habe ich hier Farbe gemacht, und habe ich mir eine Linie gekauft, habe ich rein gemacht. Alles habe ich selber gemacht. Auch die Wohnlage für ihn ist ja optimal, weil es so traumaschön hier aussieht. Und dann bin ich wieder zu der Frau Hermanns hin, und zu dem Herrn Schuhmacher, und habe gefragt, ob wir dieses Zimmer dann auch renovieren dürfen. Und die haben dem auch zugestimmt, und dann haben wir dann, ja, Farbe geholt und, ja, Sachen, um das einigermaßen schön zu gestalten. Familie Porsauter hat nicht viel geholfen. Und am Anfang war ja im Prinzip nur diese Kochzeile mit dem kleinen Kühlschrank. Diese anderen Kühlschränke haben Sie dann nach 2008... Ja, ich habe nach 2008 selber gekauft alles. Nur mal einen Kühlschrank drin, der kleine Kühlschrank mit Herzen drin. Andere Sachen habe ich selber gekauft. Und dieses Stadttor von Jülich? Das von meinem Chef habe ich Geschenke gekriegt. Vom Geburtstag. Die ist von einem Kollegen, war hier früher. Auch hat mir Geschenke gegeben. Diese mit... Wie heißt das? Von mir. Diese Dinger wie diese Uhr. Ich mag Pferd. Einer hat mir Geschenke gegeben. Ja. Das ist von Pferduhr. Ich mag gerne diese Pferd. Ich mag Pferd gerne. Unser Nachbar hat auch Pferd. Ich habe Ruhe hier. Keine stört mich. Zweite Heimat ist hier für mich.